Dieses Spiel ist für Zuschauer unter 18 Jahren nicht geeignet. Das ist ja alles recht spontan und unterhaltsam. Ich versuche mal dieses Wort zu benutzen. Haben wir jetzt echt nur diesen Kackperk hier im Platt? Ist das schon ein bisschen eklig. So, jetzt wurde es auch noch genau in dem Moment abgebrochen. Das müssen wir noch schnell korrigieren. So, bevor ich vergesse, dass es dann weg ist. So, dann packen wir wieder unsere geile Opfergabe hier rein, denn ich würde halt gerne... Die Clodette hat einen Schlüssel. Ich würde auch gerne mit Clodette spielen, so ist es nicht. Aber die hat keine Opfergabe. Mann ey, aber ich finde es gerade so lustig. Okay, wir holen die Clodette raus, alles wird gut. Clodette wollen wir auch noch leer machen, sehe ich gerade. Sehr schön. Wartet aber, wenn sie das hier bei hat, dann nehmen wir die Karte mit. Erhöht deutlich die Reichweite. Wo haben wir denn das, dass alle das sehen können? 22, oh Gott. 5 Sekunden, erhöht moderat die Reichweite. Alle überlegen die Karte. Ja genau, das brauchen wir. Und Partyluftschlangen. Let's go. So, warum können wir nicht hier... Warum können wir kein Bereit mehr drücken? What the fuck? Das ist ja merkwürdig. Hä? Hä, jetzt ging das irgendwie wieder. Weil wir in dem Menü waren, ging das nicht. Kann das sein? Das wird es gewesen sein. Ich glaube auch. So. Okay, alle Aufgaben drin. Da haben wir Partyluftschlangen. Sind das unsere? Oder kommen nochmal welche? Das sind unsere. Okay. Sehr cool. Aber keine Eventsachen. Was ist los? Leute, ey. Was ist da nicht in Ordnung? Man weiß es nicht. Cool, aber durch die Partyluftschlangen haben wir da nochmal ein bisschen mehr Action. Und ich fand es jetzt irgendwie cooler, die Clodettes zu vervollständigen, oder? Ist irgendwie ein bisschen schöner. Genau. Und wir haben jetzt die Regenbogenkarte. Heißt, wir finden die Luke. Falls Articlodettes das Ganze aufschließt, können wir schnell hinterher rennen. Das finde ich persönlich jetzt eigentlich ganz gut. Weil ich finde nicht, dass wir dann am Ende die sind, die... Die sind, genau. Wenn ich immer mit euch in der dritten Person von uns rede, geht das überhaupt keine Ahnung. Wisst ihr, was ich meine? Ach man, er ist noch nicht schon wieder fertig. Ich kann nicht mehr... Ich will hier raus. Da, durch den Ausgang. Wäre irgendwie auch geil, wenn man im Ausgang irgendwie rumschrauben könnte. Damit der später schneller aufgeht oder so. Fände ich ganz interessant. So, da ist ein Totem. Das gönnen wir uns gleich mal hart. Und da ist ein Jen. Wir müssten ja trotzdem einen Jen hier auf der Karte haben, der Zusatzpunkte bringt. Ich weiß nur nicht, inwiefern die denn für einen selbst aktiviert sind. So, ne? Keine Ahnung. Die sehen so furchtbar aus. Lol. So. Dann gönnen wir uns jetzt mal hier den Jen. Wir kriegen auch immer schön die Kartenspielerpunkte. Und ich hoffe mal, dass es jetzt hier nicht irgendwo ein Michael ist, der uns beobachtet. Das fände ich irgendwie ungünstig. Okay. Ist gerade hinter der Besessenheit her. Und wir haben Ruin drin. Auch noch auf Stufe 3. Juhu. Wer liebt es nicht? Da sind wir dabei. Und Tana ist auch noch mit drin. Ist ja Träumchen. So, das da. Das da. Das da. Das hier drin. Nichts zu sehen. Ich könnte ja auch die Karte benutzen. So, ne? Aber ich trau mich irgendwie nicht, weil ich Angst habe, ich brauche es später noch viel dringender für ... Ähm ... Perfekt. Ah, es ist die Legion. Ich sage es jetzt mal sehr deutsch. Da gab es, glaube ich, auch eine Tagesaufgabe oder so. Oder vielleicht, weil das neue Outfit da ist auch. Ne? Es gibt viele neue Sachen im Shop. Sehr cool an der Stelle. Ähm ... Ich könnte mir vorstellen, dass deswegen heute auch öfter The Legion gespielt wird. So, eine Person liegt. Eine Person disconnected. Das ist ja schlecht. Was war denn da los? Äh ... Vor allem, ich habe ja so die Befürchtung, dass die zusammen gespielt haben, ne? Nicht, dass hier gleich alle schwuppdiwupp weg sind. Das wäre ja mal richtig ungünstig. Ach, nö. Lol, juckt ihn nicht. Okay. Okay. Halt nicht. Ich konzentriere mich dann halt weiter auf den Jet. Gar kein Problem. So. Da ist jetzt jetzt ein Jet auch mal angegangen. Und wir sind nur noch zu dritt. Das heißt, rein theoretisch müsste es ja relativ schnell gehen mit der Luke, oder? Taucht die jetzt noch auf bei, ähm ... Noch zwei Generatoren? Oder taucht die jetzt immer erst zum Schluss auf? Ich bin da manchmal so ein bisschen raus, ne? Weil immer hier irgendwelche Updates kommen. Macht mich das halt ein bisschen fertig. Oho, sowas habe ich mir schon fast gedacht. Lol. Ich will's mich doch verarschen. Ich will's mich doch verarschen. Das kann jetzt richtig, richtig kacke werden, ne? Wenn wir das nicht hinkriegen. Das war so knapp. Aber egal, mussten wir das Risiko jetzt mal eingehen. Oh, jetzt kommt die schon wieder angeschissen. Egal, ich renne jetzt weg. Nochmal lässt sie sich bestimmt nicht verarschen. Oh, sie rennt uns hinterher. Da ... Oh, oh. Oh, oh, oh ... Schubi-tü-tü-tü-tü. Schubi-tü-tü-tü ... Juckt sie nicht. Lol. Oh. Ich wollte jetzt sagen, wir behalten das im Auge, aber das sieht gerade irgendwie ein bisschen ungünstig aus, was meine Augen da sehen. Oh ne, doch nicht der Haken hier. Und warum ist Tana so aktiv? Das macht ja alles gar keinen Spaß. Äh, ich möchte das nicht. Dann machen wir jetzt einfach mal an dem Gen hier weiter. Vor allen Dingen, was ist, wenn die Person, die disconnected ist, die mit dem Schlüssel war? Hä, wie sich da ein abkämmt, ey. Ist ja unfassbar. Ist das dein Ernie hier? Läuft die mir jetzt echt hinterher? Gott, wie schlecht. So, hallo. Ja, sorry. Ich hab hier das dringende Bedürfnis zu genesen, aber ich komm dann gleich. Huhu. Oh, ist das ätzend, ey. So, I'm runnin'. Dö, 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 I'm runnin'. Ba, 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 da, ba, da. Äh. Okay, ich glaub, das wird hier ein bisschen knapp. Kommt hier nochmal irgendwo ne Palette? Ich hab das Gefühl, irgendwie nicht, ich hätte die eine Palette da nutzen sollen. Das wär jetzt ein bisschen schlecht. Hallo? Hilfe? Hallo? Oh Gott, es ist so knapp, es ist so knapp, es ist so knapp, ich lieg genau in der Palette. Oh Mann, wie ärgerlich. Oh Mann, ey. So, ich gucke grad mal nebenbei auf mein Handy. Oh Mann, ey. Ich bin heute so richtig, ja, so fragt gerade. Ich bin heute so richtig, ne? Ich bin heute so richtig anti. Ich bin müde. Ich find alles doof. Ist heute richtig schlimm, ne? Und ich hab mich so aufs Wochenende gefreut. So, okay, da hinten wird losgerannt. Frage ist, wird die Person dort liegen gelassen? Ja. Also Flucht versuche ich jetzt hier mal. Weil ich eigentlich habe, das wird hier nicht mehr schöner. Ach, Mio. Okay. Das wird jetzt eine interessante Geschichte. Oh, wow. Wie gemein. Ich glaube, ich hätte sie mich doch vom Haken holen lassen. Wäre ich jetzt Killer gewesen. Hm. Wo sind sie jetzt eigentlich hin? Warum hat der Killer so einen komischen Herzschlag? Man weiß es nicht. Ich bin jetzt irgendwie auch noch gespannt, ob da hinten die Person hochgenommen wird oder nicht. Das wird nochmal interessant. Wird hochgenommen. Schade. Ich hatte Hoffnung. Warum ich gerade übrigens auf mein Handy geguckt habe. Das hat gerade geblinkt, weil der Flo einen Beitrag mit dem Handy von mir markiert hat. Der Flo. Wo ist der Flo, ne? Was macht der Flo gerade? Das ist ja eine spannende Frage. Okay. Haben wir die Herausforderung gekriegt? Oh, Leute. Jetzt habe ich gar nicht geguckt. Lief ja super. Ach, nee. Sehe ich gerade im Nachhinein nochmal irgendwie was, was, was? Nee. Ich hatte mal einfach viel zu schnell hier drüben. Äh. Haben wir nicht hingekriegt, ne? Wir haben ja nur einmal eine Person vom Haken geholt. Okay. Und das Gute ist, wir haben jetzt einfach überhaupt gar nicht mitgekriegt, was wir an Punkten oder sonst irgendwas gekriegt haben. Das war leidig zu sehr, da drauf zu drücken. Das war leidig zu sehr, da drauf zu drücken.